Inwiefern ist es an einer privaten Fachhochschule leichter, als an staatlichen Hochschulen, Innovation in den internen Prozessen und Routinen zu etablieren? Die Wege an einer privaten Schule sind, gerade wenn sie nicht so groß ist, die sind kurz. Und damit sind die Entscheidungen auch schneller herbeizuführen vielleicht als an einer staatlichen Hochschule, wo man dann doch noch mehr Leute mit ins Boot holen muss, wenn es um Veränderung geht. Und Innovation ist in jedem Fall Veränderung und da ist die schnelle Entscheidung manchmal besser als gar keine Entscheidung. Und insofern hat man das gerade am Privaten ein bisschen einfacher.